ja und damit moin moin zu einem neuen video ja tatsächlich gibt es auch mal wieder wieder videos auf meinem kanal schön im hintergrund irgendwelche scheiße nein irgendwelche autos die hier rumfahren super grafik ich weiß ich habe nur bei dem spiel habe ich so probleme mit solchen sachen ja wir werden heute mal einfach mal eine runde fahren ja wir fahren nach einem fahrplan wir fangen in der gott das hört sich ja gefährlicher da kriegt man ja ich weiß nicht ob der bass somit übertragen wird aber jetzt hier im spiel ist der bass so übelst hoch wir machen mal tag freitag denn freitags bin ich immer am glücklichsten wir starten mal um na machen wir 8 29 passt wir machen leicht bewölkt und starten jetzt erst mal so ich weiß gar nicht ob ich das tutorial gemacht habe das ist ein sehr alter simulator ich müsste glaube ich mal leise machen moment mal so so passt das ja sowas gehört mit zu meinem kanal so passt das auch wieder beziehungsweise ich mache mal anders ich mache das mal so so ich weiß gar nicht sieht man das auch geil als task wird er angezeigt als ok als train zum düssel richtig geil strom abnehmer heben wir mal das heben wir oder was auch mal es ist ich will fahren herr gott ich bin nur dezent draußen ne aber wir fahren ja so mal 10 vor diesem lauter der kommt glaube ich aus 2014 ich habe die cd hier liegen ja es scheint 2014 zu sein auch hier ist halt so wie macht man das jetzt ich will eigentlich türen rechts so jetzt haben jetzt leiden hier die fahrgäste rein also ehrlich wie sie da rumslein das ist nur echt erschreckend so einmal kurz wieder leertaste und wir fahren weiter oh wir haben eine minute verfröhung oder was ja ich muss dringend mal losfahren beste auflösung du bist zu spät losgefahren ja dann könnt ihr ich glaube ich fahr zu schnell scheiß drauf ich muss verspätung rausholen ach oh gott über diese weiche zu fahren das ist bestimmt schrecklich beziehungsweise auch sehr eckig brems brems nein brems stopp so tiefer das stopp jetzt endlich mal danke türfreigabe leertaste 33 ich bin die steuerung von lotos gewöhnt und bei lotos ist es ja so dass du kuh drückt oh wow ich war pünktlich nächste stadt diese das weichen einfach ausstieg in fahrt richtung nein ich bin es gewöhnt das weichen die irritieren dass man mit kuh gas gibt oh oh das wollte ich nicht da mit kuh gas gibt so j 6 t okay so dass man mit kuh gas gibt mit a auf neutral schaltet also auf null stellung und dann mit y runter geht so gucken wir uns mal kurz an wie sie hier rein zu leiden boah sieht echt gefährlich aus naja gut wir gucken mal sind alle fahrgäste eingestiegen ja sind sie perfekt türen n los ich drücke auch immer zuerst kuh weil eben lotos als hätte ich das gewusst ich fahr 40 1 kmh viel zu schnell übertrieben ich entgleise gleich leute wer hat sich diesen scheiß ausgedacht und daraus will ich in zwei teile aus diesem spiel machen ich darf nicht so schreien ich nehme das übrigens gerade um ein uhr auf nachts wohl bemerkt ich fahr gerade ein kam zu schnell nicht mal und ich werde ich bin entgleist oh mein gott so Cuz und jetzt kann ich wieder schnell fahren naja jetzt bin ich aus der kurve raus nennennennennennennennennennennэ Ich schwöre ich kann es halt So Türen auf Slidet hier mal gerne rum Endlich mal Boah nee ehrlich Hab mir binnen nicht Meinen Spiel gehabt ne So Nö Wenn ich komme zur rechten Zeit Muss mit dem was übrig bleibt Irgendwie so ging das doch Nächste Station Nordpark Aquazoo Ausstiegler durch du ins Nächste Station Nordpark Aquazoo Exit left Ich hab nur in dem Spiel hier Problem mit diesem hässlichen Äh Ich nenne es jetzt mal Pixel Gewitter So jetzt wird grün Beziehungsweise Schaltung Ja Äh ich muss So kommt links nichts Kommt rechts nichts Oh oh Nein 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 Nennen. So. Üben für den Ernstfall. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich bin nicht der Gesprächlichste, daran muss man sich gewöhnen. Ja, ich weiß, JT, so mein Gott. So. Was auch immer ich ausgewählt habe, kein Plan, ist mir scheißegal. Üh, so. Du bist nicht wehlos gefahren, ja weil ich an der Scheißrot... Riesaplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop. Riesaplatz. Exit left. Ich will keine fucking Gefahrenbremsung machen. Ich wollte... So, JT. Alle ein- und aussteigen bitte. Dieser Zug fährt weiter nach Düsseldorf. Slidet bitte jetzt rein und raus. Wir haben nicht ewig Zeit. Vielen Dank. Viel Verständnis, bitte achten Sie... Dieser Himmel, Pixelgewitter. So, dieser Zug fährt jetzt los T, N, 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 N. Geht doch. So. Ja. Tasten-Spam ist immer gut. So. Ich hab jetzt keinen Bock nochmal darauf zu warten, dass die Ampel grün wird. Wir haben ein Haltesignal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next. Theodor Heussbrücke. Exit Left. Naja, right, left, alles das gleiche. Ich meine, man kann nicht viel falsch machen. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt ruckelos aus, oder man fliegt halt runter. Stopp! Jetzt... Ach so, ich muss ja auf der rechten Seite. So. Kann man die Fahrradtür eigentlich öffnen? Nee, kann man tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte gerade Fahrt, ne? Ja, super, du warst pünkelig. Ups, passiert. Ja, eigentlich sollte ich hier nur 50 fahren, weil ich fahre mit auf der Straße. Aber, da haben wir sonst wieder, äh, scheiße davon ist, die Ampeln funktionieren nicht mal. Euer fucking Ernst. Oh, oh. Da, äh, da mir sonst hier der Straßenbahnsimulator wieder einen Streck draus dreht, so rum, fahre ich lieber ein bisschen schneller und, ja. Ganz schön dicke Reifen haben wir, ich wusste gar nicht, dass wir nur auf Reifen fahren. Und wir sind nie... Oh, das ist nicht euer Ernst. Oh. Bitte sag mir, es ist nicht wahr. Bitte sag mir es. Oh mein Gott. Ja, um ehrlich zu sein, wir sind nur im Bus auf... So. Wir sind eigentlich nur im Bus auf, äh... Ein paar mehr Rädern. Nächste Station, Kennedy Damm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Stop, Kennedy Damm. Exit right. So. Einmal schön, äh... Eine Gefahrenbremsung für die Fahrgäste machen. Okay. Sorry. Na guck mal, passt doch alles noch. Jamoi. Ach. Scheiß auf die Ampel. Ist doch sowieso ganz viel Verkehr hier. So, einmal I, einmal J. Hier, nee. Geht doch. Und weiter. Man hört hier auch so tolle Autogeräusche. Viktoria Platz, Kleberstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Viktoria Platz, Kleberstraße. Exit left. Man hört so schöne Autogeräusche und, äh... Da fahren nicht mehr Autos. Hui, was ist denn? Oh, ich muss die ganze Zeit ausschließen. Entschuldige. Was ist denn, äh... Ja, genau so laut ist es auch und echt. J6T. Das ist definitiv nicht gesund. Aber, komm. Scheiß drauf. Meine Damen und Herren, dies ist der Zug nach Düsseldorfer Hauptbahnhof. Um ehrlich zu sein, Sie könnten eigentlich laufen, weil es ist nicht mehr weit zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Äh... Bitte achten Sie drauf, dass Sie in einem Zug sind mit einem verrückten Fahrer. Wir binden Sie deshalb, sich festzuhalten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Türen schließen jetzt. Ach komm, ich fahre jetzt langsam schon mal an. 53, 54, 55, 57, 57, 58, 59, 45. Super, du warst pünktlich. Bin ich nicht gut? Nennen, 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 nennen. Ja, ich weiß, das nervt. aber so merken die fahrgäste das wenigstens auch mal also ich leicht verrückt bin aber auch nur leicht wie die immer alles leiden das ist echt interessant plopp plopp und da fangen hören sie nicht das leiden sie einfach zur seite ich würde das auch gern können so nur es leiden geht so danke meine damen und herren unser nächster halt ist glaube ich das ist auf hauptbahnhof nächste station einrich heiner allee ausstieg in fahrtrichtung rechts das ist das ist nicht wahr du kannst mir nicht sagen dass man mit einem kmh nicht mal gut ein kmh sagen wir jetzt mal entgleis oh gott das war knapp so und jetzt wieder beschleunigen übrigens so sieht die u-bahn sind nicht mal animiert ich glaube es nicht ich glaube es nicht die bahn ist entgleist versuch ist noch mal gott wahrscheinlich muss man hier nicht mal 50 oder ich habe einfach das schild verpasst ich schätze mal er zweiteres weil ich einfach zu blöd bin als straßenmann fahrer ich würde sagen nennen 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 mit 50 kommen hier angeprescht und wieder übelts laut also wir strengel wir lassen die frage selbst wieder rechts aufsteigen qualitativste texture vorsicht das hier im übrigen was sofern ich war ist ist dass die afb in der straßenbahn so sorry so jetzt sei da eine nächste halt düsseldorf v bahn noch sein nächste station düsseldorf v bahnhof steinstrasse königsallee ausstieg in fahrtrichtung rechts Next Stop, Steinstraße, Königsallee. Exit right. Exit right. Ich dachte mal... Oh, Alter. Naja, gut, ich komm nicht aus der Region, also weiß ich auch nicht, wie die Straßenwanderer verläuft. Hm, J, I. Ich will immer wieder Q drücken, ich muss mir das wirklich abgewöhnen. So, jetzt bin ich aber gleich am Düsseldorf. Bitte. Oh mein Gott, ey, das kann nicht wahr sein. Ich war der Meinung, dass da voll wenig, äh, voll wenig Stationen im Untergrund. Oh, oh. Es wäre jetzt... Das wurde ein bisschen knapp, will ich mal sagen. Oh ja, ein bisschen was wäre noch gegangen. Oh man, 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 man. Wir gucken mal hier so. Ne, wir machen mal so. Also, I. N. W. Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ah, jetzt kommt er auf einmal. Hö, was... Düsseldorf Hauptbahnhof. Exit right. Was war denn das da gerade? Ist das das Portal in den Himmel? Okay. So, und damit erreichen wir unseren nächsten und Enthalt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Na geil. So. So. Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Ähm, ja. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge fahren wir es tatsächlich auch nochmal nur zurück. Wird wahrscheinlich auch wieder interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Äh, ja. Abonniert doch gerne, wenn ihr mögt. Wär sehr cool. Äh, ja. Hoffe, es hat Spaß gemacht, dieses Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.